Peace, Leute, was ist Kevin? Ich, jetzt, Marvin. Und heute ein neues Horror-Game. Und zwar dürfen wir nicht schreien. Ihr seht schon, wenn da Schrei steht, so wie es da jetzt gerade abgebildet ist, dann ist das Game vorbei und wir müssen von neu starten. Ja, Mann, aber diesmal muss man auch Aufgaben im Game erfüllen. Letztes Mal war ja ein bisschen stumpf, man durfte einfach noch nicht schreien. Und konnte noch rumgehen, ne? Und jetzt muss man Aufgaben erfüllen. Also brandneues Game. Crazy. Daumen hoch auf jeden Fall. Silent Breath heißt das. Fetten Daumen hoch. Und ihr seht schon, wir reden jetzt einfach noch lauter und schreien. Das heißt, wir werden jetzt gleich sehr ruhig sein. Deswegen nicht wundern. Wir haben es jetzt perfekt eingestellt. Bei neun hat er gar keinen Schrei erkannt. Da haben wir komplett alles zusammengestellt und das hat nicht erkannt. Und bei zehn Prozent ist gut. Da müssen wir ein bisschen ruhiger reden gleich. Weil ihr seht, Marvel redet gerade und da steht ganz ein Schrei. Genau. Also wir müssen gleich nicht leise reden. Deswegen, wir sind sehr leise, nicht wundern. Genau. Das ist ja, können wir hier nicht weiterkommen. Daumen hoch für mehr Mikro-Games, Leute. Kleiner Test. Komm, als ob wir jetzt im Game sind. Ey, da ist ein Monster, Bruder. Bruder, lass mal da hin, komm. Wollen wir um die Ecke gehen? Siren Head, Bruder. Siren Head, Shit. Um die Ecke, Digat. Ja, so ist es gut eingestellt. Okay, so ist es anspruchsvoll. Let's go. Let's go. Alles eingestellt, nice. Siehst du das? Ja, so ist es perfekt. So können wir uns doch ganz normal eigentlich theoretisch unterhalten. Wir gucken mal einfach in der Praxis. In der Praxis. Sollen wir den mal lieber anmachen? Wenn du lang genug in den Abgrund blickst, blickst du in den Abgrund. Drücken wir nochmal Skate. Oh, ist voll of wheel? Boah. Okay, krass, Alter. Bock, schon, wie er sieht. Drücken wir Skate. Drücken wir Option. Wo hast du den Nacktfilter, Bruder? Nacktfilter? Ach, hier. Oh. Ja, anmachen. Mal nochmal anwenden. Wir wollen es hier ja verben, familienfreundlichen Content. Nicht das Video gelb wird oder rot. Das ist eine Familie angucken. Beim Frühstückstisch. Okay, ist angewendet. Dass ich den Kellogg stecken bleibe im Alts. Okay. Ey, krass, voll wheel life. Alter, wir sind einfach so. Sieht heftig aus. Ey, wir müssen aufpassen. Ich weiß, ob es schon geht. Ja, geht schon los. Ist noch hell. Moin Mannschaft. Mies verpixelt. Bruder, sieht echt real aus. Voll krass, Alter. Sieht quasi aus, Leute. Fehlende Plakate sammeln. Wir müssen Poster sammeln. Alter, alles Vergangenheit. Alle tot. Oh mein Gott. Was ging da bitte ab? Alter. 1999, 16. Februar. Alter. Da war ich 5 und du 4. Stimmt. Ey, die Imposter. Alter. Jo, danke. Oh. Wo? Huh? Was ist das? Fähne die vermissenen Personen, bevor es zu spät ist. Okay. Das ist unsere Aufgabe. Ich wollte doch die Blätter eins, sondern... Ach, die wurden verteilt jetzt oder so. Krass. Okay, krass. Dann gehe ich in den Wald, ne? Okay, geht zu dem Schrei. Krass. Leute, wir gehen dahin, oder? Das sieht wirklich echt aus. Das ist so krass. Was ist das denn? Was ist, ob wir hier gerade echt rumgekommen? Schlenderman Vibes, ne? Hättest du den Zettel gesucht, oder was? Bei Nacktbilder seht ihr nicht die Geschichte. Macht mal bitte aus. Wie man sieht nicht die Geschichte. Können wir das dann aber vernünftig hochladen, ohne dass es jetzt vielleicht nicht so werbefreundlich ist? Schlenderman Vibes, ja, Mann. In echt, oder einfach? Ja, Mann. Was? Okay, müssen wir die vermissten Personen finden? An den Bäumen wahrscheinlich, ne? Ja, irgendwo. Und die Statue. Ist das eine Statue? Okay. Gesichter? Entnissen aus. Achso, die Gesichter sieht man da nicht. Das ist schlimm, nicht? Ja. Und so, man sieht keinen. Yaro. Eif. Okay. Da ist die Lampe. Oh. Oh. Was ist er denn? Oh, jeden. Ist er vermisst, er ist vermisst. Danke dir. Goldbock. 1 von 5, Slenderman Vibes. Alter. Schöpferisch. Oh, nur mal Slenderman. Oh, shit. Oh. Ist einfach so ein kleines Bett da drin. Eif. Einzelkampfabett. Oh. Er ist auch. Der passt, oder was? Ist er. Da kannst du auch hochgehen. Erinnerung. Wir dürfen nicht schreien. Ja, man. Oh. Geht das? Ah. Oh. Oh, oh, shit. Er ist er. Attention. Evacuate the force before sunrise. Oh. Okay, Stunker. Attention. Evacuate the force before sunrise. Be quiet. Ich denke mal, bei jedem Mal wird es härter, umso mehr Seiten man hat. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich glaube auch, wie ist es noch mehr. Auf vier Seiten. Ja. 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 Oh shit. Oh shit. Ich bin gut verlaufen. Okay. Wir müssen noch Sachen achten. Geh weiter, geh weiter. Das ist ein Wildschwein. Ja Mann, das war ein Wildschwein. Safe. Ist das ein Wildschwein? Halt. Bro. Wo sind die verdammten Seiten? So oder so? Ich habe das Gefühl, ich laufe einfach irgendwo hin. Ich weiß wie groß das ist. Ach du Scheiße. Ich bin nicht so. 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 Du wurdest am Modeln, Bruder. Wo sind die verdammten Seiten, Alter? Es scheint, als möge diese Schwester, die sie in ihm ist. Ich laufe da rum wie so ein Follows. In den Wald rein. Nein. Die haben auch gar keinen Weg mehr gegeben. Man läuft da wie so ein Depp. Oh shit. Also wo soll man da lang, Alter? Da muss ich vorher, glaube ich, ein bisschen umgucken. So ein Gefühl dafür. Oder mal abwechselnd machen. Nein, nein, nein. Hast du nicht Schiss, Bruder. Spiel mal dick, Bruder. Man kann auch sterben, das wusste ich nicht. Also unabhängig vom Sound. Monster können dich auch packen. Man hat das Schreien, das man verkackt und Monster. Und du musst noch Seiten suchen. Ja. Es gab ja nur 5 zu suchen, aber ich habe gar keine gefunden. Ihr dürft nicht den Rücken... Ihr dürft ihr nicht... Genau, stand da irgendwas mit, wir dürfen nicht den Rücken können. Ihr dürft ihr nicht den Rücken zeigen. Ihr mal anschauen. Ach so, die Monster einmal. Ach so, das geht schon los, oder? Genau. Okay, jetzt im Hellen gucken wir uns mal ein bisschen mehr den Wald an. Ja, muss man mehr im Wald chillen, oder so? Also wo findet man die Zettel? Ja, wenn du jetzt einfach geradeaus gehst gleich zum Beispiel. Okay. Oder musst du den Stimmen so folgen, weißt du? Genau. Folgt mal der Stimme einfach. Das kam ja jetzt so von hier. Genau. Einfach da straight geradeaus jetzt. Also diagonal, oder? Genau. Sollten wir noch an diese Kirsche gehen? Yeah, aber gehen wir Richtung Stimme. Oh, da ist das. Ich glaube, die geben mir immer ein bisschen Tipps so. Ja, okay. Da muss man auf jeden Fall gut zuhören. Das ist ein anderes. Ja, da kannst du auch anfangen. Okay, man muss immer die Plätze finden. Bei so Plätzen ist dann immer was. Oh, da ist jemand. Oh, da ist jemand. Oh, die erste Seite geht's mal durch. Okay, dann geht's los. Okay, dann jetzt Richtung Kirche schnell. Ja, hier schon mal links. Guck dir das. Guck dir das, du holst. Denkst du das? Ich weiß ja, links ungefähr. Ja. Mal reingucken. Okay, geh Kirche, Bruder. Komm, Kirche direkt zu Nummer 2. Ich denke mal, jeder Platz ist eine Leiste. Pro Location. Ja. Kannst springen? Ne. Okay. Ja, was ist das? Okay, jetzt wird noch nicht dunkel. Okay. Okay, man hat noch Chance zu sammeln. Auch wenn es hell ist, ne? Ich glaube auf einer bestimmten Uhrzeit. Ah, ist zu. Ich glaube auch. Wo war das? Ah ja, diese Startung da irgendwo. Ja, Mann. Das ist trotzdem. Hä? Wo ist die Kirche? Ich glaube ich habe die über See. Ja, rechts. Ja, rechts ne. Ja, rechts ne. Ich gehe mal auf dem Hildelkreuz. Oder war das das, was du gerade sagst? Oh shit. Oh shit. Alleine, ohne. Mit dem Tag ist es sogar schon schwer. Ja, Mann. Alter, wo bin ich? Da war doch die Statue. Oder war es sogar eine andere Statue? Verdammt, ne? Kann sein, es ist eine andere. Krass. Oh shit. Okay, ab 7 Uhr wird es dunkel. Oh shit. Ich habe einfach gar keine Orientierung irgendwie. Ja, immer eine Richtung. Hänsel und Gretel. Okay, jetzt ist das. Boah, es muss eigentlich Hänsel und Gretel Horror Game oder Horror Film geben. Ja, ich will. Die helfen auch gar nicht, weißt du so? Ja. Ist doch gar keiner Location? Es ist laut, es ist laut. Warte, du warte. Ja, Vogel. Ich folge dir. Das hilft dir, Bruder. Rocky! Und? Genau Rocky Boy. Volk Rocky. Der hilft uns, Bruder. Ja, der Rocky. Rocky, ich kann das. Rocky! 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 Egal, wir folgen Rocky Stimme. Da ist was. Rocky, wir kommen. Rocky, besser, Mann. Ich will alles. Geh einfach auf das Leuchten dazu. Die Maschine angucken. Ja, Mann. Okay, zwei. Es kommt. Alles, es kommt. Alles. Hier. Die lockt diese Kreaturen an, wenn ihr lauter seid. Ihr müsst ein bisschen leiser reden. Versucht, dass Striche nicht im roten Bereich kommen. Achso. Da ist wieder was. Wir locken die an, wenn rot ist. Ah, okay. Da warst du, ne? Ach, hier war ich doch schon. Ja, ja. Egal, guck nochmal. Ja. Guck mal. Also bis jetzt geht ein Jamskes voll klar. Ja. Okay, da waren wir. Ich brauch eine neue Location. Ja. Geh einfach von da, dann draußen gerade raus oder so. Raus. Oh, shit. Okay. Das ist Rocky wieder. Bald. Ja, mein Rocky ist aber wieder hinweg. Rocky. Okay. AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH AAAAAHHHHHHHHHHHHH Bro. Fuck. Mit diesen Drähten? Folgt dem Draht. Das ist... Auf unserer Location. Let's go. Okay. Zwei Seiten. Zwei Seiten, Bro. Nee, drei, oder? Zwei noch. Echt? Oh ja, zwei. Das noch aus, oder? Mit der TZ. Nein, nein. 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 Was machst du? Nein. Was machst du? Nein. Man sollte nur angucken, nicht reinrennen. Oh, dann weggehen. Wie SCP, Junge. Erst angucken, dann weggehen. Oder die ganze Zeit angucken. Guck die anderen, aber nicht zu dir, Broder. Aber ich hätte trotzdem durchgehend angucken müssen, oder? Ja. Scheiße. Die ganze Arbeit umsonst. Nein. Drei Seiten, Bruder. Scheiße. Shit. Ich war verwirrt, Mann, ja. Aber die wären sonst nackig gewesen, deswegen. Ja, Mann. Krass. Okay, ich denke mal bei Monster geht das. Bei Outlast geht das auch. Naja. Aber ich darf dir trotzdem den Rücken kennen, bis die dann weg ist, ne? Ja, Mann, Leute, sollen wir Filter ausmachen? Zumindest die Alkohol. Leute, wollt ihr die Hängeglocken von der Hälfte sehen gar nicht. Oder lieber nicht. Nein, scheiße. Mach den Braten auch nicht fett, ob ihr jetzt die Hängeglocken seht oder Zensierungspike. Ja, aber das ist weit geschafft. Aber jetzt haben wir den Flow. Zwei Seiten, Bro. Jetzt erreichen wir was. Easy. Filter aus. Gadiers. Das Horni, der Bruder. Die Augen kriegen sehr gut. Filter aus. Okay, mach schnell. Bis 7 Uhr, dann wird's dunkel. Ja. Geh direkt da links jetzt erstmal. Straight zum Schrei. Das hast du gar nicht mehr gefunden. Genau. Geh zum Schrei. Geh zum Schrei. Geh zum Schrei. Achso. Gehst du? Ja, links oder rechts? Also da jetzt. Diese eine Kirche, wo wir waren. Ja, aber da unten ist die... Geh erstmal unten zu dem Dorf. Genau. Perfekt. Und dann links. Dann irgendwie links. Wir müssen zwei Seiten schon mal im Hälfte finden. Ja, aber das hab ich nicht gefunden. Aber das gucken wir jetzt direkt. Ja. Filter aus. Ich distanziere mich jetzt. Jetzt. Ab in den Flow, Leute. Hey, wo ist der Typ? Der war doch hier. Oh, was? Ach, vielleicht liegt der auch anders jetzt hier. Also, aber hier. Hauptsache, der liegt hier. Ich glaube, in jedem Bereich muss ja einer liegen. Eben. Okay, jetzt müssen wir nur noch suchen den Bruder. Oh, wo steht der jetzt? Oh, das ist kompliziert. Guck mal, Friedhof, Bruder. Lass da alles gleich. Wo bist du? Mann. Nein. Digga, Zeit für die wir verlieren hier, ey. Guck mal da, Friedhof. Wie liegt der? Oh mein Gott. So, ob der jetzt nicht hier ist. Der muss hier sein, oder? Alter, scheiß ihn rein, weil der weggespawnt ist, Mann. Shit. Vielleicht ist gespeichert niemals. Als ob. War doch eben auch nicht. Sonst wär er nicht mehr hell. Mist, Mann, ja. Oh, der wird verkackt. Egal, guck mal da drin. Vielleicht chillt der da. Da drin? Hier, komm mal rein. Rechts, 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 rechts. Das? Oh, nee. Kannst du nicht rein. Okay, guck mal. Oh, egal. Ausruhen. Würdest du sein, Kirsch, ne? Nein, Bro. Der muss da sein, oder? Eigentlich ja, ne? Ich guck mal, ob der irgendwo ist. Ich guck mal, ob der irgendwo ist. Als ob da keiner ist. Kann natürlich auch sein, dass es nicht an jedem Ort einer ist. Ist ja schon crazy. Ja, okay. Shit, wir haben verkackt. Egal, geht schon mal Richtung woanders hin? Ah, da lag der! In dem Sarg! Ach, der liegt einfach. Oh, was macht der da? Okay, schnell. Jetzt geh in die Richtung, dann einfach geradeaus. Äh, da hinten hin? Ja, irgendwie so in die Richtung. Ja. Vom Gefühl weiter links oder rechts? Irgendwie jetzt so einfach so geradeaus. Okay. Mäßig. Wir rocken das jetzt. Jetzt schillt einfach am Sausbruch. Ja, ja, meine Weife war da drin. Aber so wissen wir den Problem. Genau, guck dich ein bisschen um, ob du irgendwas da kennst. Genau. Da hast du die Startour. Da war die Startour, dann war ich irgendwo hier. Aber es leuchtet ja wahrscheinlich an, ne? Vielleicht bellt der unter gleich. Ja. Be cool. Hi friend. I want to play hide and seek. You hide. I seek. Damn. Suchen Verstecken. Versuchen Versteckenspringen. Oh shit. Okay, helf uns doch mal. Überall ist die Frau. Hallo. Ja, geht zum Wolf. Geht zum Wolf. Weil sie sich extra umdreht oder so. Ich glaube die sind hinter dir. Willst du mich umdrehen? Alter, guck die an. Wo bist du? Wo bist du? Meine Taschenlampe ist am Arsch. Das ist nur Bluff. Okay, war noch eine Stimme Leute. Boah, der war krass. Der war heftig. Die Scheibe hier ist immer noch eingeschlagen. Ey Rocky, bell doch mal. Wolang muss ich? Ich will Rocky, ja. Wie groß ist die Map? Ja, Mann. So. Wenn die Taschenlampe flackert, ist die Frau in der Nähe. Oh, Rocky. Rocky. Rocky, besser Mann. Du warst so fett. Ich trebe mich einfach auch nicht. Der Rocky, wo bist du? Der 아닌 Der Er kann ja der Der am Ach, der 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 oh shit was ist das? geht er hoch? ja man müssen den Berg irgendwie hoch guck mal rechts auf den Weg Bergsteine was ist mit Rocky los? ok das ist doch der Rocky hilft doch mal weiter so und hört er auf? das Spiel ist so hart es sind keine Antworten wo lange man muss ja wir sind da wir sind da falsch glaub ich das ist meine Karte oh shit aber das Spiel ist auch vor dem Sollschlaf die Jamskes sind crazy ja das ist wie Siren heute ja das ist Flender man du haben es ist du hast und wir sind jetzt du hast 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 3. Kannst du eine Karte holen? Gibt es eine Karte? Aber trotzdem, du bist immer so in der Wildnis. Echt? Wie kriegt man die? Kann man die finden? Oder kann man die öffnen? Keine Ahnung. Muss man bestimmt finden. Geht gerade raus. So? Also, raus. Meinst du, der Arme hilft uns? Ach so. Wenn der weiter macht. Okay, dann geht er. Oh, nice. Nice. Geh ein. Ey, tatsächlich. Nimm. Oh, Merkur. Kannst du nicht nehmen? Nein. Geh in die Hütte. Oh shit. Vielleicht ist der irgendwo aus der Meinung? Safe ist der irgendwo. Ich weiß nicht. Der Rabe hilft euch. Okay. Okay, wir hören auf den Raum. Ja. Okay, war noch ein Bluff. Krack. Da weiß ich was. Oder hinten. Oder was ist das? Taschenlampe. Nein, nein, nein. Doch. Ach so, hey. Hast du im Kreis gegangen? Welche Runde soll ich? Wegen dem Typen hab ich gedreht. Jeder vorbei. Ach, da hätt ich gedreht. Wo soll ich lang? Geh eine Maus vorbei. Oh, da. Zum Geräusch. Aber ja, so. Oh shit. Was ist die Frau? Die Spinnfrau. Okay, sieht gut aus. Bleib so auf dem Weg. Ja. Nicht in so bisschen mehr Weg. Seht halt alles nicht nach dem Weg aus, ne? Ja. Boah. 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 Keiner Welt mehr oder so. Ja man. Das ist Rocky, Alter. Rocky, helfen wir, Digger. Man biebt manchmal so. Ich glaub, bei welcher von Google die richtige Weg gemacht ist. Au. Oh. 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 Oh, okay. Oh. 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 Ich brauche eine Taktik irgendwie. Aber geh mal weiter. Willst du was hören eigentlich oder? Eigentlich wirst du was hören. Rabe und Rocky hilft uns. Wenn keine Hunde oder Raben wird. Alter, ach du Scheiße. Warum nicht gleich so? Krass. Du hättest dir angucken müssen, das war die Frau. Oh nein, wir haben gerade etwas Fettes gefunden. Wie ich dir die angucken müsste. Der hat mich ja mal gepackt. Soll ich die angucken und dann abhauen oder was? Ja. Was habe ich gemacht? Wie den Teddy. Die war doch vor meiner Nase. Sie hat mich doch nicht gepackt. Die kam von hinten. Die ist so weg. Cardia, ich denke mal einfach bei dir gerade nur so. Cardia, Alter. Bruder. Was willst du da sehen, Bruder? Was ist mit dir los? Ja, hier direkt. Okay, wir müssen zwei Dinger schon mal im Hellen finden, Bruder. Müssen schnell diese Leiche finden. Oh, chillt der da drin? Er chillt hier. Guck mal, da findet direkt was. Bruder. Er hat Instinkt, ey. Ist dir das von hier jetzt? Die können auch außen rum in der Hütte chillen. Guck oben, dann kannst du eigentlich weiter. Wirklich. So. Guck direkt in den Sarg rein. Ja. Ich glaube das war der. Das war der. Aber gut, dass du ihn zufällig gesehen hast. Bruder, wie random war das denn jetzt? Wild. Okay, krass. Boah, dieser Zirkus ist heftig. Also das sah richtig groß aus. Mhm. Da gibt es auf jeden Fall noch. Hä? Oh shit. Wie krass. Die können auch random in der Hütte sein. Oh nein, wir haben zwei Leute. Oder das Spiel Track, das wir reingeschissen haben. Und die gönnen einem jetzt. Ja. Jetzt geht es einfach mal hinten weiter. Oder ist noch eine Hütte? Da ist einfach noch einer jetzt. Da sind wir alle in so Hütten jetzt hier direkt. Ganz wild wäre das. Auf Neck. Okay, man muss wirklich überall reingucken, Alter. Aber dieser Zirkus? Da sind locker zwei auch. Ja, da sind auf jeden Fall noch ein paar. Wo soll ein Zirkus sein, Alter? Oder wo sind wir? Ja, da ist ein Auto. Ja, Mann. Oh, das ist jemand. Oh, das ist jemand. Wer lebt? Nein. Rest in peace. Oh shit, wir haben drei Stück Leute. Ja, es geht ab. Leute alle im Helm. Hast du das Spiel entwickelt oder was? Kann sein. Hm? Okay, jetzt. Ich bin einfach nur hinter dem Ding gegangen. Oh, da hinten ist noch was, oder? Alter, bevor es dunkel wird, hast du schon jetzt hier gleich alle fünf. Jetzt gehen wir da hin. Okay, jetzt gleich. Macht schon viel aus, zum Beispiel. Du siehst, da hinten ist noch Feld. Ja. Oh, es kommt sogar noch nach Haus oder so. Ja, Mann. Oh. Alter. Was ein Run hier. Was ein Run hier. Oh, zu easy Run. Zu weit noch gar nicht gewesen. Ja, mal drei war unser Rekord. Ja, Mann. Alter, das haben wir alles noch nicht gesehen. Wie kann man mit einem hellen Tag bekommen? Man kann da hoch? Okay. Bisschen ruhig. Ja. 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 Ja, doch hier waren wir. Ja. 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 Lautsdach. Wo ist es aber wirklich? Oh still ganz ist stark. Einria Leute. Inuit leite! Einer? Eine Seite. Wie halt... Er hat nix, er hat nix. Dazu kommen wir rein. Ah abra, munten sind die Vermissenden allen in der Nähe? Also die vermissten in der Nähe und dort wo die Geräusche herkommen, müsst ihr dann hinlaufen. Okay. Dann müsst ihr dann laufen. Okay. Das geht aus. Achso. Okay. Okay. Eigentlich jetzt noch Zirkus, oder? Eigentlich schon. Oder dieses Haus. Ich wirf die Hunde und Raben. Ansonsten frühst du. Halbe mitte. Okay, wenn Taschenlampe flackert, ist die Frau auch in der Nähe. Ah. Oh shit. Wurst. Wurst. Meinst du das zählt auch schon? Könnte auch schon zählen. Diese Jauen. Aber man hört nicht woher das kommt, genau. Das ist einfach allgemein so. Was muss man da machen? Was muss man da machen? Auf der Abform. Ich schaue. Ich schaue. Ich schaue. Ich schaue. Ich schaue. Ich schaue. Wir haben alle Zettel fast mit den Typen und sind einfach so trocken. Bro, was war das denn jetzt? Weil Mama hat es richtig gut gespielt. Sei vorsichtig um dich herum. Es könnte Stalker geben, die dir folgen. Ich verstehe auch nicht. Wann darf man die ignorieren und einfach weglaufen? Und jetzt hast du die angeguckt. Oh mein Gott. Das war der crazyste Run, Bruder. Alter, Mama hat es viel zu gut gespielt. Was war das? Ich habe die angeguckt. Was heißt das? Maut. Laut? Haben wir geschrien? Ach du Scheiße. Nein, oder? Nein, da war doch so ein Genickbruch. Ja. Da stand doch, du wurdest ermordet. War das Statement? War das zu laut? War das zu laut? War das zu laut? Ach, dürfen wir gar nicht reden, wenn da ein Monster ist oder was? Also sind die Blinden. Bitte genauer mal schreiben. Weil wir meinen, wir wurden gepackt. Aber warum? Dürfen wir gar nicht reden, wenn ein Monster kommt? Ich verstehe das jetzt nicht. Desto mehr Seiten ihr findet, desto höher wird es. Aber waren wir jetzt zu... Die Empfindlichkeit jetzt oder... Haben wir jetzt irgendwie die Monster verärgert mit der Lautstärke? Achso, wir müssen gar nicht dumm sein, wenn die Monster kommen. Okay, dann können wir... Das wussten wir gar nicht, Alter. Aber so an sich waren wir jetzt nicht zu laut vom Pegel her, glaube ich. Eigentlich nicht. Safe nicht. Aber für die Monster waren wir zu laut. Das darf man gar nicht, wenn die in der Nähe sind. Krass, wusste ich gar nicht, dass wir das berücksichtigen müssen. Okay. Frau mit den Glocken, da ist es dann... Dann was? Achso, nur anschauen und dann weggehen. Also auch nicht durch den Gucken, sondern nur kurz an. Die ist mir hinterher gerannt, die hat mich fast gepackt einfach. Genau, aber sollen wir die dann angucken? So ein Rückwärtsgehen dabei? Ich bin ja rückwärts gegangen, aber die hat mich fast gepackt. Also dann eher kurz angucken und einfach den Rücken zu drehen? Ja. Aber eben hieß es nicht den Rücken zu drehen. Das ist voll verwirrend irgendwie. Also nicht den Rücken zu drehen. Nein, nein. Weiter angucken. Okay. Und halt nichts sagen. Ja. Okay, okay, okay. Schade, Mann. Schade, wird ein 4 Stück, ne? Der ist ein guter 1, Bruder. Bitter. Oh, nice. Korrekt. Kommt die Glücksschritt wieder? Korrekt. Also hinter diesem Ding ist das gute Taktik. Dann kommen alle Gebäude rings. Irgendwann muss das Auto kommen, oder? Und dann rechts, ne? Mhm. Good run, good run. Okay. Da war eben auch jemand. Ihr merkt die Frau mit... Ihr müsst die angucken rückwärts gehen und nicht sagen. Auch nicht den weißen Bereich, weil die bekommt die Aufmerksamkeit von euch. Okay. Schade, war keiner ganz. Oh, schade. Ja. Finde ich richtig. Das ist das Haus, oder? Ja. Okay, nice. Da oben ist ein Haus. Da oben ist ein Haus. Ja, ich dachte jetzt, man kann da hoch. Aber vielleicht nur Deko. Oh, nice. 2 Leute. 3. Ich hoffe, da liegt jetzt auch noch einer. Let's do one, Leute. Let's do one. Let's do one. Noch besserer one. Wenn du jetzt einen hellen 4 findest... Am Ende ist so ein Traktor. Haben wir schon gestiegen. Boah, man könnte auch einfach chillen. Da ist keiner. Hm. Den verpassen. 4,5ys. 3,5ys. Du hast eine, was er ist. 4,5ys. 5,6ys. 5,7ys. Die Sahne funktionieren! 3,5ys. Den hat sie nicht mehr zu werden. 6,6ys. Das war das. Das war das. Das ist jemand. Gib mir das. Okay. Das war das. 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 Das bin sie ihm runtergefallen. Krass. Das war das. 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 Da hab ich dir gesagt. Das war's für heute. 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 Ja. Alle vermissten. Wir sind jetzt die Leiche am Anfang. Spielen wir jetzt? Suchen Verstecken oder was? Jetzt spielen wir das aus einer Sicht. Krass. Das war's für heute. Bruder am Ende aber richtig krass. Jetzt kommt der nächste in unserem Spiel verstecken. Oh ja, wir sind jetzt auch eine Leiche. Alter, jetzt wurden wir gepackt. Diese Erinnerungen sind dir überhaupt nicht fremd. Es ist, als hättest du den selben Tag immer und immer wieder erlebt. Es gibt einen Weg, den Kreislauf zu durchbrechen. Diejenigen, die außerhalb des Waldes denken. Äh, wer war? Also ist das wahr? Silent Breath, man. Krass. Crazy Game. Du hast dich insgesamt 44 Schrecken überlebt. Bruder, am Ende war richtig krass. Am Ende war heftig. Auch dieses Baby-Opa-Baby. Die war auch drinnen da. Ich frag mich, ob eine Leiche jetzt auch beim Zirkus sein hätte können? Ja, da war ja noch voll das nicht. Oder ist in jeder Location eine und man muss noch 5 finden davon? Ja, ja. Vielleicht gibt's auch mehr. Ich glaub, der Zirkus ist schon fast eine Hilfe, wenn man zu lange da rumrennt. Wie ich hier rumgerannt bin. Boah, den hätt ich gerne noch gesehen, aber sonst krankes Game. Krass Game und lass mal da was machen. Richtig heftig komische Jumps, richtig Psycho. Die waren crazy. Das ist so ein klassischer Horror-Game, auf dem Trafik. Erstaunlicherweise auch gut weggesteckt irgendwie. Warum auch immer. Man merkt man schon abgehärtet durch die ganzen Horror-Gaps. Aber hat schon angestrengt. Ja. Ist nicht zu schreien oder so. Absolut, absolut. Krass, also Daumen hoch für mehr so Mikro-Gams auf jeden Fall, Leute. Zett mal hoch, da kommt mehr von sowas. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und keinem will es verpassen. Sonst würde ich sagen, bestens das Video. Checkt gerne unsere Wörter auf in der Woche. Bis nächsten Video. Bis.